Dieses zu veräußernde gut gepflegte 5-Zimmer-Rhein-Mitte-Haus steht in Siegburg-Kaldauen. Das Gebäude verfügt über 3 Parkplätze. Es hat 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 306 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 141 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 295.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020